Du, die wie ein Messerstoß in mein stöhnend Herz gedrungen, Die wie wilden Heerestross wüst und prangend mich bezwungen, Die erniedrigt meinen Geist sich zur Wohn- und Lagerstätte, Scheusal, an das ich geschweißt, wie der Sträfling an die Kette, Wie der Spieler an die Sucht, wie der Trinker an das Glas, Wie an das Gewürm des Aas, sei verflucht, du, sei verflucht! Mir die Freiheit zu erringen, flehte ich das rasche Schwert, Meine Feigheit zu bezwingen, hab ich tückisch Gift begehrt. Gift und Schwert, verächtlich böse boten sie mir Wort, die zwei. Bist nicht wert, daß man dich löse aus verworfener Sklaverei, Narr, wenn von der Herrschaft Schrecken dich befreite unser Mut, Würdest du mit frischer Glut den Vampir zum Leben wecken. Untertitelung des ZDF, 2020 Mann,TERB aus der Herrschaft Sägevast, leider zu meinem Sync und Büch, 2020 Alter,uca, jetzt zu meinem behaves noch nicht wie der Tür war. Entschuldig mit Anhaltung des ZDF, 2020 Sägevast, leider zu meinem Gesluss,